Darf ich als Jaffi Schulungen besuchen? Du darfst Schulungen machen, die du für deine Arbeit als Jaffi brauchst. Zum Beispiel Grundlagenseminare der WAF wie JAV Teil 1, Teil 2 oder Teil 3. Das kostet dich keinen Cent. Vorher brauchst du aber noch einen Beschluss der JAV und des BRs. Das Beste ist, du lernst neue Städte und andere JAV-Mitglieder kennen. Aber vergiss nicht, deinen Arbeitgeber zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020